Ukraina tut, Ukraina c Evropa. Die Ukraine ist hier und die Ukraine ist Europa. Herzlichen Glückwunsch und Slava Ukraini. Das war ja eine sehr freundschaftliche Rede und er ist beim Du geblieben. Eine freundschaftliche Rede und eine klare Rede. Olaf Scholz hat gesagt, Deutschland werde die Ukraine auf Dauer unterstützen. Er hat ganz klar betont, humanitär, wirtschaftlich und militär.